Auch heute wieder willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Auch heute am Freitag noch einmal der Vorhinweis, dass ab Sonntag, ab diesem Sonntag, 20. August, ich drei Wochen Ferienpausen mache und ab dem 11. September wieder online sein werde mit meinen Atempausen bei YouTube und bei Facebook. Und so lade ich herzlich ein, in dieser Zeit ohne Video-Andacht die Bibellesepläne der deutschsprachigen Bibelgesellschaften zu suchen im Internet und zu finden und dann täglich das Bibelwort, den Bibeltext selber zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit einem Andachtsbuch, was dem ökumenischen Bibelleseplan folgt. Wer bei Glaubensimpulse auf Facebook die Atempausen verfolgt, der findet dort jeden Tag vom 20. August bis zum 10. September den Bibeltext gepostet und kann dort den Bibeltext lesen und sich darüber Gedanken machen. Heute am Freitag, den 18. August, lesen wir Apostelschichte 25, 13 bis 27 und ich habe das überschrieben, wenn die Wahrheit sich durchsetzt. Wir sind jetzt schon etliche Tage dabei, die Geschichte zu lesen und uns damit auseinanderzusetzen, wo Paulus zu Unrecht verklagt ist und von einem Gericht zum nächsten überwiesen wird. Und das geht jetzt schon über zwei Jahre lang. Und so langsam kommt die Wahrheit ans Licht und darüber lesen wir heute ab Vers 13 in Kapitel 25 der Apostelgeschichte. Nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Berenike nach Caesarea, Festus zu begrüßen. Und als sie mehrere Tage dort waren, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach. Da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden. Um dessen Willen erschienen die hohen Priester und Ältesten der Juden vor mir, als ich in Jerusalem war und baten, ich sollte ihn richten lassen. Denen antwortete ich, es ist der Römer Art nicht, einen Angeklagten preiszugeben, bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Als sie aber hier zusammenkamen, duldete ich keinen Aufschub, sondern hielt am nächsten Tag Gericht und ließ den Mann vorführen. Als seine Kläger auftraten, brachten sie keine Anklage vor wegen Vergehen, wie ich sie erwartet hatte. Sie hatten aber Streit mit ihm über einige Fragen ihrer Gottesverehrung und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, erlebe. Da ich mich aber auf solche Fragen nicht verstand, sprach ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wollte. Als aber Paulus sich auf sein Recht berief, bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam zu bleiben, ließ ich ihn gefangen halten, bis ich ihn zum Kaiser senden könnte. Agrippa sprach zu Festus, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Er aber sprach, morgen sollst du ihn hören. Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den obersten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Und Festus sprach, König Agrippa und all ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den um dessen Willen die ganze Menge der Juden in Jerusalem und auch hier in mich drang und schrie, er dürfe nicht länger leben. Da ich aber erkannte, dass er nichts getan hatte, das des Todes würdig war und er auch selber sich auf den Kaiser berief, beschloss ich, ihn dorthin zu senden. Etwas Sicheres über ihn aber habe ich nicht, dass ich meinem Herrn schreiben könnte. Darum habe ich ihn vor euch bringen lassen, vor allem aber vor dich, König Agrippa, auf das ich nach geschehenem Verhör etwas hätte, was ich schreiben könnte. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung gegen ihn anzugeben. So langsam in diesen elenden Prozessen gegen Paulus kommt die Wahrheit ans Licht. Und Festus, der den Gefangenen Paulus von Felix schon geerbt hatte, sagt jetzt dem König Agrippa, der nächsten Instanz, es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung gegen ihn anzugeben. Aha. So langsam dämmert es auch dem Festus, dass es sich hier um einen Fake-Prozess handelt. Dass es nichts Stichhaltiges gibt, was Paulus hinter Schloss und Riegel bringen könnte. Und deshalb kommt er zu dieser bemerkenswerten Aussage, nach diesen Jahren des Hin und Her und nach seinem eigenen Hin und Her und Vorwärts und Rückwärts und Verschieben und Vertagen und schließlich mit der Entscheidung an den Kaiser zu senden. Und hier kommt er zu dem Schluss, wenn es keine Beschuldigung gibt, macht es eigentlich auch keinen Sinn, den Paulus nach Rom zu schicken. Wenn die Wahrheit schließlich ans Licht kommt, das muss für Paulus ein ganz besonderer, bewegender Moment gewesen sein, nach über zwei Jahren, wo er zum ersten Mal erlebt, wie jemand der Wahrheit ganz, ganz nahe kommt. Man sagt, eigentlich gibt es überhaupt keine Anklage zu erheben gegen Paulus. Wie muss der Paulus sich gefreut haben, dass er durchgehalten hat, dass er treu geblieben ist, dass er nicht weggelaufen ist, dass er keinen faulen Kompromiss gesucht hat, sondern dass er eingestanden ist für Recht und Gerechtigkeit und dass jetzt auf dieser Ebene plötzlich zum ersten Mal anerkannt wird, dass er womöglich tatsächlich unschuldig ist. Das muss den Paulus sehr gefreut haben. Das muss auch für den Festus erleichternd gewesen sein, als er einfach mal dem, was er erkannt hat, tatsächlich gefolgt ist und nicht vorwärts und rückwärts und seitwärts versucht hat, irgendwelche komischen Kompromisslinien zu finden, sondern wo er einfach bereit war zu sagen, ich glaube, der ist gar nicht schuldig. Was soll das eigentlich? Wenn die Wahrheit sich schließlich durchsetzt, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann passiert Folgendes, dass das, was gesagt wird, plötzlich übereinstimmt mit dem, was wirklich geschehen ist. Und das ist immer ein Moment der Befreiung, wenn all die Fehldeutungen, Falschdeutungen, all die faulen Kompromisse, all das, was man so hin und her und vorwärts und rückwärts auch noch diplomatisch irgendwie versucht, den Anschlag zu bringen, wenn das alles aufhört und einfach die Wahrheit gesagt wird, das ist sowas von befreiend, sowas von klar. Und jeder, der beteiligt ist an dem, was da verhandelt wird, der weiß dann auch in seinem Herzen, ja, das ist eigentlich wahr. Interessant ist, dass Jesus den Heiligen Geist als einen Geist der Wahrheit bezeichnet. Und das, was wahr ist, ist das, was der Wirklichkeit entspricht. Der Wirklichkeit in Gottes Augen. Das ist Wahrheit. Das, was in Gottes Augen der Wirklichkeit entspricht und so zum Ausdruck gebracht wird. Und auf der Seite der Wahrheit ist immer der Heilige Geist zu finden. Der Widersacher Gottes, der Satanas, der Durcheinanderbringer, der Teufel, der Böse, der Feind, so sagt Jesus, ist ein Vater der Lüge. Also alles Lügen widerspricht deswegen dem Heiligen Geist, dem Wirken des Heiligen Geistes, weil der Geist ein Geist der Wahrheit ist und Wahrheit ist, was der Wirklichkeit in Gottes Augen entspricht. Und der Widersacher Gottes, der versucht, die Wahrheit zu vernebeln, zu verdrehen, zu verändern, zu leugnen und anstelle der Wahrheit Lüge zu verbreiten. Das ist diabolisch. Das ist durcheinanderbringend, weil plötzlich die Deutung der Wirklichkeit nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und das hat nie etwas zu tun mit dem Wirken Gottes. Das hat immer etwas zu tun mit dem Wirken des Diabolos, mit dem Durcheinanderbringer, der versucht, Verwirrung zu stiften, der versucht, Böses durchzusetzen, Falsches durchzusetzen und der Wahrheit der Wahrheit, der Wahrheit den gar auszumachen. Deshalb ist das so ein beglückender Moment, wenn wir hier plötzlich die Wahrheit zur Sprache kommt und auf einmal die Dinge wieder stimmig sind. dafür hat Paulus sich eingesetzt, dass die Wahrheit über ihn ans Licht kommt und dass er nicht mit falschen Deutungen verurteilt wird zu Unrecht, weil es nicht der Wirklichkeit dessen entspricht, was gewesen ist. Wenn die Wahrheit also ans Licht kommt, dann kommt Klarheit, dann kommt Eindeutigkeit, dann kommt Recht und Gerechtigkeit. Und deshalb sind wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu berufen, immer eindeutig auf der Seite der Wahrheit zu stehen, nicht zu lügen, nicht zu vernebeln, nicht herumzudeuteln, nicht Fünfe gerade sein zu lassen, nicht diplomatisch Halbwahrheiten irgendwie in Geltung zu bringen, sondern bei dem zu bleiben, wie die Dinge wirklich sind, und zwar in Gottes Augen. So werden wir Schülerinnen und Schüler des Heiligen Geistes Gottes, des Geistes der Wahrheit. Und so werden wir Menschen, die sich an der richtigen Stelle freuen, nämlich immer dann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt und die Wahrheit sich durchsetzt. Das ist oft sehr befreiend, weil endlich Klarheit herrscht. Und es ist nur beschämend für die, die versucht haben, zu lügen, zu vernebeln, zu betrügen. Für die ist es immer beschämend, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Und möge Gott uns schenken, dass wir immer mehr als solche unterwegs sind, die sich freuen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, weil sie schon immer die Wahrheit vertreten haben. Wir sind hochgradig versucht, immer und immer neu, dem Widersacher Gottes Folge zu leisten und Dinge zu verdrehen. Ja, auch direkt zu lügen. Es ist ein ganz wesentlicher Schritt in der Jüngerschaft, in der Nachfolge Jesu, sich ganz eindeutig auf die Sache, auf die Seite der Wahrheit zu schlagen und dabei zu bleiben. Das ist der Weg, wie sich Freude und Klarheit und Eindeutigkeit durchsetzt. Und so ist es, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann ist viel Grund zur Freude bei denen, die auf der Seite der Wahrheit leben. So ist es auch dem Paulus ergangen und so geht es jedem, der der Wahrheit treu bleibt. Herr Jesus Christus, bitte vergib uns, wo wir gelogen haben, wo wir Dinge verdreht haben, wo wir Dinge beschönigt haben, wo wir Halbwahrheiten verkauft haben oder Umdeutungen zugelassen haben. Vergib uns, Herr, wo wir glauben, dass auf der Lüge mehr Segen läge als auf der Wahrheit. Und hilf uns, Herr, dass wir in unserer Gewissensbindung an die Wahrheit immer klarer, immer eindeutiger, immer mutiger und immer fröhlicher werden und so auf der Seite der Wahrheit leben und so auch nicht beschämt werden können und überrascht werden können, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Und hilf uns, Herr, den Impulsen des Geistes der Wahrheit zu folgen und in unserem Gewissen immer sensibler zu werden, dass wir bei der Wahrheit bleiben. und so danke ich dir, dass du uns auch in diesem Bereich helfen willst, zu wachsen und zu reifen und eindeutiger zu werden, ganz klar auf der Seite der Wahrheit zu leben. Hilf uns dazu und hilf uns, zu sehen, Herr, welche innere Eindeutigkeit, Freude und Klarheit das erzeugt. Danke, dass ich Paulus freuen konnte, dass die Wahrheit schließlich benannt wurde. Hilf uns, dass wir solche sind, die sich freuen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, weil wir auf der Seite der Wahrheit leben und reden. Dazu hilf uns, Herr, auch heute. Amen. Vielleicht gibt es Dinge, die du jetzt ins Gebet nehmen willst, die du Jesus bekennen willst, wo du Jesus bitten willst, dir zu helfen, Dinge richtig zu stellen, klar zu stellen. Vielleicht gibt es Dinge, wo du im Vorhinein dich jetzt entscheiden willst, bei der Wahrheit zu bleiben und du willst Gott um Kraft bitten, es tatsächlich zu tun. Dazu ist jetzt Gelegenheit in der persönlichen Gebetzeit, die auch der heutigen Atempause natürlich folgen darf. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir am Samstag, den 19. August, noch einmal Fortsetzung machen mit der Apostelgeschichte. bis dahin, Gott segne dich, Gott behüte dich und erlasse mich und dich weiter wachsen, geistlich wachsen, persönlich wachsen, sodass wir immer fröhlichere Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus werden. Dazu sollen die Atempausen ja dienen. also bis morgen.